Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge of Fortnite. Heute kam das erste Update in Season 2 raus, damit kamen natürlich auch einige Skin Leaks, Waffen Leaks, Unlimited Highmode Leaks, sowie noch ein paar neue Orte, die ich euch natürlich alle in diesem Video zeigen werde. Wenn euch solche Videos gefallen und ihr in Zukunft natürlich keine solcher Videos verpassen wollt, lasst doch gerne mal ein Abo auf diesem Kanal da und bewertet, kommentiert und teilt natürlich das Video. Schaut aber auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei, wenn ihr mich mal live sehen wollt, Link dazu ist an der Videobeschreibung. Und ich würde mal sagen, wir beginnen mit der Battle Pass Lobby, denn dort war ja bei den täglichen Aufgaben hier immer der Lenkraketenwerfer und hier die Uzi, die beiden wurden jetzt entfernt und durch Waffen ersetzt, die tatsächlich im Game sind. Ob das ein Bug war, weiß man nicht. Zusätzlich gab es ja auch auf der Battle Royale Map einen Ort, wo man eine Goldmünze aus einer Wand bekommen hat, aus so einem Gemälde. Die wurde jetzt auch entfernt, wie gesagt, ob das irgendeinen weiteren Hintergrund hatte, weiß man natürlich nicht. Und dann haben wir noch im Spind ein paar Neuigkeiten. Zum einen hat der Winken-Emote jetzt, ist jetzt ein Fortbewegungs-Emote. Ist ja glaube ich aus Season 2 der Emote, beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob der vorher nicht auch schon ein Fortbewegungs-Emote war, aber auf jeden Fall hat er jetzt dieses Zeichen dafür auch noch. Und wir haben eine neue Seltenheit und zwar die Schlürf-Reihe, wozu auch der Glibber-Skin gehört. Ich weiß gar nicht, ob der große Schlucko-Skin auch dazu gehört. Schreibt es dann gerne in die Kommentare, wenn ihr das genau wisst. Allerdings gibt es in den Skin-Leaks noch ein paar weitere Skins, die zu dieser Reihe gehören. Die werde ich euch gleich auch noch zeigen. Ich würde nur sagen, wir laden aber schon mal in die Creative-Mode-Lobby rein. Und dann beginnen wir mal mit den ganzen Skins, die jetzt so in den Game-Files sind und wahrscheinlich über die nächsten Tage rauskommen werden. Hier haben wir, wie schon angesprochen, einmal Professor Slurpo und Slurpentine. Die weibliche Version einfach vom männlichen Skin. Beide gehören eben halt zur neuen Schlürf-Reihe. Dann haben wir Pharma Steel, der hat als Beine einfach so ein Exoskelett. Also keine richtigen Beine mehr, eben halt passend zu diesem Agenten-Thema. Dann haben wir hier den Echo-Skin. Wir haben ja auch einen Shadow-Unterschlupf-Echo. Der ist ja, glaube ich, südlich von Sweaty Sands, müsste das eigentlich sein. Hier kann man sich wahrscheinlich bei dem Skin auch zwischen der Ghost- und der Shadow-Variante unterscheiden. Oder vielleicht hat man auch beide Stile, weiß ich nicht genau. Müssen wir mal warten, bis der Skin rauskommt. Dann haben wir noch den Zina-Skin und dann haben wir den Contract-Giller-Skin als Agent-Fisch im Prinzip. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Ich glaube, es gibt auch noch eine Variante von dem ohne Brille. Den muss man sich, glaube ich, aber auch mit Echtgeld kaufen. Das heißt, so ähnlich wie der dunkle Liebesranger. Liebesranger, dafür bekommt man allerdings auch noch V-Bucks zusätzlich zum Skin. Wird dann wahrscheinlich so um die 20 Euro kosten. Soweit auf jeden Fall zu den Skins. Dann gehen wir einmal zu den Backpacks. Hier eben halt alle passenden Backpacks zu den ganzen Skins. Unter anderem auch Deadpools Katanas. Ich weiß nicht, ob Deadpool selbst schon in den Gamefalls ist. Ich habe es allerdings noch nicht gefunden. Dann haben wir hier natürlich die ganzen anderen Backpacks, passenden ganzen Skins. Und wir haben ein richtig nices Backpack und zwar den Dorsal Destroyer. Ein Fisch einfach als Baby in so einer Fischkugel oder so einer Tauchglocke mit zwei Waffen in der Hand. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Passend eben halt zum Fischskin. Wird man dazu bekommen. Und dann haben wir hier noch einen Placeholder-Backbling. Da ist die Vermutung zur Zeit, dass dann vielleicht wie bei dem Brutus-Skin mit dem Backpack Spitzhacken auf den Rücken ziehen kann. Wäre auf jeden Fall extrem nice. Dann haben wir als nächstes den Primal Moves Emote. Dann Sasquatchen, Steamed und die Weight Grenade. Ja, kann man jetzt nichts wirklich daraus schließen aus den Leaks. Damit ihr es aber auf jeden Fall schon mal gesehen habt. Ab weiteres gibt es natürlich in den Shop-Videos dazu. Dann natürlich noch die ganzen Spitzhacken und Gleiter dazu. Fresh Fish ist auch immer wieder richtig von der Chaos Engine betroffen. Das flibbert nämlich richtig herum. Dann haben wir noch ein paar upgedatete Skins. Einmal vom Zogoton-Skin eine dunkle Variante. Auch von der Spitzhacken, Slurp-Series ist einfach die neue Seltenheit. Und dann vom Ballbling, von dem 8-Ball-Skin auch noch ein neues Backpack. Und wir haben noch ein paar neue Lackierungen. Das sind die ganzen hier. Zwei Animierte sind dabei. Die ist glaube ich nicht animiert, so wie es aussieht. Das war es auf jeden Fall soweit dazu. Dann kommen wir wieder zu Fortnite. Ja, gehen wir mal in eine eigene Insel. Denn dort habe ich schon die neue Waffe vorbereitet. Und zwar ist das eine Annäherungsmine. Beziehungsweise heißt es glaube ich genau, eine Annäherungsmine macht 50 Damage. Und wie der Name schon sagt, explodiert die dann, wenn man sich der annähert. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Funktion. Ähm, wie man sieht, wenn man selbst drüber läuft, explodiert die natürlich nicht. Man kann bis zu sechs stacken und auch sechs platzieren. Wenn ich jetzt noch eine weitere platziere, dann geht die nächste weg. Man kann die auch noch entschärfen und aufheben. Dauert nicht lang. Nimmt man im Prinzip dann einfach ins Individuen, wieder ins Inventar auf, falls man die aus Versehen geworfen hat. Wenn man die unpick ex, dann fliegt die hoch. Und dann sollte man die natürlich wegwerfen, weil die sonst natürlich direkt in einem explodiert. Und wenn Gegner hier nebenan sind, dann geht die natürlich so hoch, als würde man mit der Spitzhacke draufschlagen. Macht dann eben halt 50 Damage. Generell, wenn die Schaden erleidet, dann wird die natürlich auch in die Luft gehen. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel so eine Kette macht und die alle noch genug in der Range sind, wenn man dann mit einer Waffe von irgendwo anders draufschießt, dann wird die logischerweise natürlich explodieren und so eine Kettenreaktion auslösen. Ist auf jeden Fall ganz nice. Und wenn ihr Gegner damit taggt, also den Damage macht, dann bekommt ihr auch noch so einen Effekt, dass ihr im Prinzip Wallhack auf die habt. Also auf alle, die dann davon getaggt wurden, gibt es glaube ich so um die 15 Sekunden einmal eine rote Markierung um den Skin und dann noch ein rotes Symbol sowie den Markierer nochmal über dem Kopf. Ist auf jeden Fall sehr nice. Damit kann man auch, wenn Gegner irgendwo weiter weg sind, erkennen, wo die dann genau getroffen wurden beziehungsweise wo die Nate explodiert ist. Das auf jeden Fall dazu. Dann spende ich nochmal das Spiel und zeige euch weitere Waffen. Da ihr ja vielleicht wisst, oder wir vielleicht wisst, ja zur Zeit das Sturmgewehr mit Zielfernrohr in der blauen und grünen Variante nur im Creative Mode haben, nicht im Normal Game. Und das ja auch einen neuen Look hat. Generell einfach überarbeitet wurde. In Season 1 müsste das glaube ich gewesen sein. Aber da es eben halt noch nicht reingekommen ist, warten wir jetzt natürlich, bis das irgendwann mal eingefügt wird. Und dazu haben wir jetzt auch nochmal ein weiteres Bild. Und zwar zu einer geupdateten Version. Das zeigt natürlich nicht das Bild an, was ich will. So, jetzt aber. Hier haben wir einmal die epische Version. Ist im Prinzip genau das gleiche wie grün und blau. Allerdings haben wir hier noch die legendäre Variante. Sieht so ein bisschen aus wie eine Farmers- oder eine Salvensturmgewehr mit Zielfernrohr. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wann es reinkommt. Ich denke mal aber, dass das vielleicht nächste Woche reinkommt. Weiß ich allerdings nicht genau. Müssen wir eben halt abwarten. Und dann haben wir ja zur Zeit im Game auch nur die Maschinenpistole und die schallgedämpfte Maschinenpistole und nicht mehr die P90. Die war ja vorher drin. Da ist jetzt auch noch etwas weiteres in den Gamefiles. Und zwar The Pepper Sprayer. Weiß man allerdings nicht, ob das für RDW ist oder für Battle Royale. Allerdings steht ja Damage to Player also wahrscheinlich eher für Battle Royale. Hier haben wir eine Reload Time von 1,5. Das heißt, sie ist extrem schnell im Nachladen. Müsste so ungefähr bei einer goldenen Pistol sein, wenn nicht sogar noch schneller. Magazingröße von 34, das ist etwas größer als die normalen SMGs und macht eben halt 20 bzw. 22 Damage. Denk ich mal, wird so eine Mischung aus schallgedämpfter SMG und normaler SMG sein. Schussrate steht ja leider nicht. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, ob das in the game kommen wird. Dann gehen wir mal weiter zu einem Limited Time Mode Leak bzw. zu einem Limited Time Mode der geupdatet wurde und zwar ist das der High Stakes bzw. der Raubmodus wo man die Llamas aus diesen Kisten klauen muss und dann eben halt zu diesen Wagen bringen muss. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Modus. Kam glaube ich zu Season 4 das erste Mal rein und ist eben mal nicht so wie keine Ahnung blitzschnell pures Gold was gefühlt wöchentlich einfach wieder ins Game kommt sondern das ist wirklich ein sehr besonderer Modus einfach etwas komplett anderes als das normale Fortnite. Der wurde geupdatet das heißt wir können den auch in nächster Zeit wieder im Game erwarten. Damit sind wir soweit erst mal hier durch die ganzen Waffen durch. Dann gehen wir noch mal auf die Battle Royale Insel denn dort gibt es ein paar neue Helikopterlandeplätze wie ihr vielleicht wisst gibt es ja schon bereits bei zum Beispiel The Agency The Yard The Shark und was ist der letzte Ort The Grotto genau und The Rig gibt es ja bereits Helikopterlandeplätze ohne Helikopter sogar glaube ich mehrere an den Orten zusätzlich sind jetzt an anderen Orten gerade eben als Militärort noch weitere Helikopterlandeplätze und Vorbereitung für Helikopterlandeplätze getroffen worden und da werden wir wahrscheinlich mit den Helikopter oder die werden sich jetzt ausbauen und da kommen irgendwann auch noch die passenden Helikopter dazu rein dahin kann man schon erkennen bei dem FN Radio da oben beziehungsweise Shadow Unterschlupf Delta glaube ich weiß ich nicht ganz genau ob das der ist ist jetzt ein Helikopterlandeplätze eigentlich nichts spektakuläres zusätzlich ist hier beispielsweise beim Shadow Unterschlupf Beta eine Vorbereitung für Helikopterlandeplätze mit hier so einem Windsack und eben einer Fläche die hier schon vorbereitet wurde vielleicht kommt nur eine ganze Fläche darauf weiß man allerdings nicht ganz genau müssen wir auf die nächste Woche warten vielleicht bekommen wir ja sogar nächste Woche schon das nächste Update wahrscheinlich dann aber definitiv eher ein Content Update wäre auf jeden Fall extrem extrem nice es sind ja ein paar Sachen in den Game falls hier da noch reinkommen könnten würde mich würde ich würde mich auf jeden Fall extrem extrem freuen dann zusätzlich sind jetzt auch wieder Lahmes drücken im Spiel findet man ja so oder so generell relativ selten allerdings wurden die tatsächlich entfernt sind jetzt wieder im Game zu finden mit genau den gleichen Metz wie auch vorher das heißt da hat sich nichts geändert immer noch 350 von jedem Material den Typ und ich glaube das waren tatsächlich alle Informationen zum Update wenn euch dieses Video gefallen hat könnt ihr natürlich gerne Feedback in die Kommentare schreiben was ich vielleicht noch verbessern kann was ihr denn auch generell vom Update haltet schreibt da alles rein was ihr wollt und empfehlt mir natürlich auch euren Freunden weiter und dann bis zum nächsten Video Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.